Heyo ihr Lieben, da ist sie wieder, eure Katrin mit einem Unboxing für euch. Ja und heute ist es mal so ein kleiner Umschlag, aber was hier drin ist, das war schon geöffnet, aber noch nicht reingeschaut. Wenn das das ist, was ich vermute, dann müssten das 100 Jurassic Parks dicker sein. Jurassic Park und Jurassic World. Ist das cool, ist das cool. Boah, was ein dicker fetter Stapel, guck euch das an. Yeah und die packen wir mal zusammen aus. Bin schon sehr gespannt, was für Motive das so sind. Also ich muss euch ja sagen, also auf Instagram, da gibt es ja immer mal so richtig coole Werbung, so richtig coole Gadgets da und so weiter. Und dann sag ich das hier mal. Sticker, ne? Geil, guckt euch das an. I'll Survive Jurassic Park. So cool, ne? Ist das nicht hammermäßig? Geil, oder? Boah. Next one. Echt toll, echt toll. Oh, schaut euch den hier an. Uh, ist das nicht geil? Hahaha. Das müsste der Velociraptor aus The Lost World sein. Horrific. Sehr geil. So cool. Schaut euch das an. Das ist auch geil gemacht hier. Stark. Einfach nur stark. Hinten ist nichts weiter drauf. Boah. Mein Gott, ist das schön. Ist das cool. 100 Stück. Ja. Sehr geil. Jurassic Park und Jurassic World. Na, wer sagt's denn? Boah, ist das hammermäßig. Schön. Ach, was ne Freude. Ah ja, ich habe auch so Freude an so kleinen Sachen, ne? Ist das geil. Ist das geil. Wrexellent. Na, ist auch nicht schlecht. Oh, so cool. Ist das geil. Oh, guck euch den mal an. Ist der hammermäßig. Wow. Echt geil. Cool. In Dominos, ne? So geil. Das ist mal ein geiles Bild, ne? Ah, die werde ich nie irgendwo aufkleben. Die lass ich so. Hier wieder mal Blue. Ne? Ein ganz bekanntes Bild. Jurassic World. Und noch einmal. Jurassic World. Das ist geil. Meine Güte. So cool. Das ist eine schöne Glanzaufkleber, ne? Es wirkt alles sehr edel. Oh, und der ist auch toll. Schaut euch den an. Und hier noch eine Landschaft. Man sieht einen Stegosaurus, einen Donachiosaurus oder Apathosaurus, je nachdem. So cool. Aber es ist eine Freude. Mein Gott, ist das schön. Wow, so viele coole Sticker. 100 Stück. Ja. Auf Instagram. Eine Werbung entdeckt. Und zugeschlagen. Das ist auch ziemlich lässig hier, ne? Wo sah sie aus? Mensch, diese Grafik finde ich toll, ne? Wow. So, nun schaut euch den mal an hier. Meine Güte. Ist das geil. Das ist ein orange Look, ne? In diesem Tiger Look. Sehr cool. Sehr cool. So, und dann auch ein schönes Bild, ne? Das habe ich ja schon so manches Mal im Internet gesehen, ne? So schön. Ach, da kommt ein bisschen Nostalgie auf, ne? Ian Malcolm. Mit dem tollen Spruch, ne? Sehr geil. Ach, Leute, ist das schön. Ach, Semmaturist. Na klar, Rex hat Hunger, ne? So, was haben wir da Schönes? Ah, das ist aus einem der früheren Spiele. Also da kennt ihr euch sicher besser aus als ich, weil ich habe sowas nie gespielt und ja, hatte auch nie das Interesse daran. Ich weiß nicht, wie Sieger oder wie sie alle heißen, ne? So geil. So geil. Ist das cool. Nochmal Blue in ihrer klassischen Pose, ne? Sehr geil. Boah, ist das cool. Ui, Leute. Das ist mal geil, ne? Das ist jetzt aber sehr, sehr interpretiert hier, Rexie, ne? Sehr cool. Also wirklich toll gemacht. Na, was haben wir da? Oh, das ist auch geil. Das ist auch geil. Das ist auch cool. Da brauchen wir fast eine Lupe für, um die Details zu erkennen, ne? Also hier sind ein paar Raptoren. Die Jeep, da klettert noch einer drauf rum, und so weiter. Na, hier sind ein paar Wolken. Die Sonne ist das Auge. Flugsaurier gehen noch überall dazwischen. Hammermäßig. Geil. Das ist auch meine Güte, was für schöne Sachen. Sehr cool. Auch ein beliebter Spruch. Ach ja, die typischen Farben. Gelb, Rot, Schwarz, ne? Ach, Leute. War das eine geile Zeit damals. War das eine geile Zeit, ich sag's euch. Mein Gott, wer das miterlebt hat, ja, der kann ungefähr nachempfinden, was ich fühle dabei, wenn ich daran denke. 1993, ja. Oh, ja. Das ist mal krass, ne? Blumig. Und hier versteckt sich noch ein Raptor dazwischen. Das ist sehr geil, ne? Was für so ein kleines Suchspiel, hm? Sehr geil. Oh ja, nochmal so ein schönes, altes Logo, ne? Ach, ist das herrlich. Da kommt Freude auf. Auch sehr geil, ne? Können der Buchtitel sein hier. Jurassic Park. Sehr geil. Das ist auch cool. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Oh, Leute, es sind noch so viele. Es sind noch so viele, ja. Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Sehr geil. Philosoraptor. Auch nochmal sehr kreativ hier, ne? Oh, ist das geil. Oh, der scheint zweimal dabei zu sein. Aber gut, stört mich überhaupt nicht. Den hatten wir, glaub ich, auch schon mal gesehen. Der ist auch geil. Boah. Also, ich liebe dieses Motiv, ne? Das sieht so geil aus. Oh, hier kommt mal ein Flugsaurier. So ein Raster, so ein Computer-Raster irgendwie. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Na ja, das durfte natürlich auch nicht fehlen, ne? Clever Girl. Oh mein Gott. So die ersten Raktoren, ne? Die haben sich auch ziemlich verändert im Laufe der Filme. Da ist dann mal wieder Blue. Sehr geil. I do what I want. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Meine Güte. Ah, hier haben wir mal wieder den Mosasaurus. So als Comic-Optik. Sieht auch sehr geil aus. Jetzt mal das Jurassic World 2 Logo. Also, denke ich mal, dass es Jurassic World 2 ist, ne? Steht nicht weiter drauf. Sehr cool. Adventure Tools. Da ist der Ford Explorer. Sehr geil. Oh, das ist natürlich auch sehr witzig hier, ne? Sehr cool. Nochmal, I survived Jurassic Park. Sehr cool. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Schaut aber nix. Oh, das ist cool. Isla Mubla. Ganz klein. Also, dafür braucht man auch ein Look, um alle Details zu erkennen. Kann man es sehen hier einigermaßen. Krass, oder? Jurassic World. Boah, ist das geil. Das hätte ich gerne groß. Das hätte ich gerne groß. So cool. So cool. So cool, Freunde. Was haben wir da? Jurassic World 390. Ich fass es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Jurassic World. Auch nicht schlecht. Sehr geil. Oh, Leute. Mein Gott. Oh, herrlich nostalgisch. Ist das cool. Ich liebe es. Nein, ist das geil. Jairus Feel. Boah. Mein Gott, Leute. Oh, oh, das ist cool. Schwarz-Weiß Look und 25-jähriges Jubiläum, ne? Heavy. Ist das geil. Mein Gott. Boah. Diese Raptoren. Oh, das ist auch geil. Schaut euch das mal an. Die vier Raptoren. Ist das cool. Mein Gott. Wow. Also, Wahnsinn. Sehr geil. Na, also. Meine Güte. Also, das war eine coole Anschaffung. 93. Auch alt gemacht. Sehr geil. Ich find's cool, ja? Ui, das ist auch toll. Ganz kleine Kärtchen sind das hier so, ne? Sehr geil. Alle Dinos drin. Nochmal, der Raptor aus The Lost World, denk ich. Sieht zumindest sehr lang raus. Jurassic World. Alter Neu verbindet sich hier so ein bisschen, find ich. Ist auch nicht schlecht. Ist geil. Das sieht ja witzig aus. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Na, hier kleben zwei zusammen. Das hat man auch schon mal gesehen. Dino Food Only. Sehr cool. Ja, ja. Be very afraid. Oh, Kinders. Guckt euch das an. Das ist doch schön, oder? Mein Gott, ist das schön. So geil. Oh, ich liebe diese Bilder. Mein Gott, sieht das schön aus. Das hätte ich auch gern nochmal in groß. Oh, sehr cool. Mein Gott, ist das geil. Was ein Schatz, ja? So unfassbar. So. Ah, sowas liebe ich auch. Ne? Rippchen. Find ich sehr geil. Das ist auch extrem cool. Oh, sehr schlicht. So ein altes Film, Poste, nur halt als kleines Dicker. Jurassic World mit Rexy. Die sich aber doch vom Kopf her ziemlich verändert hat, ich finde. Das Markante, das Knorrige in ihrem Gesicht fehlt. Ui, das ist auch geil. Das sieht man ja auch so ein bisschen auf dem Spiel. Ne? Auf diesen Brettspielen da. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wow. Rippchen World mit schwarz-weiß. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier nochmal pinke Träume. Da sieht man Rexy und dann Ceratops, Stilosaurus und das müssten ein Amkylosaurus sein. Das erkennt man nicht so richtig. So. Rapp terrific. Haben wir auch schon gesehen. Sehr cool. Das haben wir schon gesehen. Das haben wir auch schon gesehen. Das kennen wir schon. Oh, das kann man ja immer noch tauschen. Da ging dann doch schöne Sachen. Das haben wir Blue. Sehr geil. Oh, hier ist nochmal dieses Kärtchen. Das ist nochmal dasselbe. Haben wir auch schon gesehen. Hier sogar nochmal als Ganzkörper-Porträt. Das ist cool. Das ist echt cool. Sehr cool gemacht. Oh, jetzt mal hier. Ein Sticker, der aussieht, als wäre er ganz böse verknittert. Ja. Aber ist er nicht. Ist alles tipptopp in Ordnung. Ein Traum in violett und blau. Sehr cool. Ah, das ist auch schön. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Deinemite. Das Diewechsgerippe durchbricht einen Zaun, wie es scheint. Sehr geil. Ah, das haben wir auch schon gesehen. Das haben wir auch schon gesehen. Da sind ötliche Doppelte dabei. Macht aber nichts. Das haben wir auch schon gesehen. Sehr cool. Oh, das habe ich dann sogar dreimal. Nicht schlecht. Das war noch dabei. Genau. Sehr cool. Und das hier nochmal. Ja, sehr geil. Sehr geil. 100 Sticker. Teilweise doppelt. Das ist immer echt cool. Das ist ein ordentlicher Batzen hier, wie man sieht. Richtig heavy. So macht das Spaß. Wow, 100 Sticker. Sehr geil. Haben wir uns jetzt alle angeguckt. Ja, dafür ist es auch ein längeres Video geworden. Ja, macht aber nichts. Finde ich zumindest. Sehr cool. Also, es gibt so viele tolle Schätzchen da draußen. Ja, wenn man einfach mal die Augen offen hält und so, kann man so vieles entdecken. Auf dem Ausland jetzt. Das ist so klasse. Wow. So ihr Lieben, zum guten Schluss habe ich euch nochmal meine Favorites aufgestellt. Ja, also wirklich super tolle Sticker. Auch wenn hier und da viele doppelt waren, aber trotzdem wunderschön, traumhaft schön. Ja, und herrlich nostalgisch teilweise. Tja, ihr Lieben. Und bei euch bedanke ich mich, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Review time, unboxing time, was auch immer time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben. Und bye.